Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Furi oder Fuiui oder wie auch immer das heißt. In der letzten Folge sind wir aus dem Gefängnis ausgebrochen, sind in dieses Gefängnis oder ein anderes Gefängnis reingegangen und hier ist jetzt ein zweiter Boss. In diesem Spiel kämpft man quasi die ganze Zeit gegen Bosse und ich bin jetzt mal gespannt, wie wir gegen die ankommen. Die hat halt auch wieder ihre... Okay, nein, das lässt du schön bleiben, du komisches Ding. Oh, man kann die sogar raus und so. Das ist ja... Oh nein, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall ein Kampffspiel mit ein bisschen Story. Guck mal, gegen die kommen wir doch easy an hier. Und ich habe mir nochmal die Steuerung angeguckt und es gibt nämlich... Man kann so ein paar Kombos machen, wie zum Beispiel ausweichen. Guck mal, das sah jetzt auch schon anders aus. Man kann ausweichen und gleichzeitig angreifen dabei. Das könnte vielleicht ganz cool werden. Okay, jetzt ist sie auch am Ausweichen so ein bisschen. Also die Gegner lernen auf jeden Fall auch dazu, mehr oder weniger. Auf jeden Fall, das Spiel macht mir soweit Spaß. Ist zwar ein bisschen herausfordernd. Okay, lass mich mal eine Ruhe hier. Aber das macht ja gerade solche Spiele so cool, nicht wahr? Genauso wie Dark Souls, aber Dark Souls finde ich halt eigentlich eher nicht so gut gewesen. Schön ausweichen. Vielleicht mal aufladen. Aber die hat bisher zumindest... Ich nenne sie jetzt einfach mal sie, weil... Der komische Hase hat letztes Mal davon gesprochen, dass es eine sie ist. Hör auf! Weg zu laufen! Ich weiß, du hast keine Chance und du weißt es anscheinend auch. Oh Gott. Aber deswegen muss ich dich trotzdem vernichten. Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt Feinde sind und warum ich dich angreife. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Die weicht auf jeden Fall nicht wirklich aus. Also die pariert nicht oder so. Dann kann sie quasi, wenn man auf ihr drauf ist, kann man sie auf jeden Fall die ganze Zeit angreifen. Oh, jetzt ist Nahkampf. Okay, jetzt müssen wir vielleicht nochmal parieren. Na komm, mach. Ne, nicht das. Nicht dein Laser. Laser ist uncool. Du kannst doch nicht zu einem Schwertkampf mit deinem Laser kommen. Das ist nicht nett. Du, das ist nicht nett. Wie heißt du denn überhaupt? Sag doch mal. Mein Name ist Fury, denke ich mal. Wie ist dein Name? Aua! Okay, dann sagst du mir halt nicht. Man ist übrigens in diesem komischen Kreis gefangen. Aua. Wenn man... Wenn dieser blaue Kreis um ihn rum ist. Das heißt, da komme ich auch nicht raus. Das heißt, man ist in so einem Nahkampf halt gefangen. So, zweite Phase. Wenn die Bosse wirklich alle so sind, dass sie sechs Phasen oder so haben. Oh, lol. Okay. Dann ist das schon echt heftig. Da haben sie sich dann wirklich krass Gedanken gemacht. Okay, die... Aua! Die Wände hier können auf jeden Fall zerstört werden von ihren Angriffen. Kann ich die auch zerstören? Warte, das möchte ich mal ausprobieren. Kann ich die Wände auch zerstören? Ja, kann ich tatsächlich. Ich kann die Wände auch selber zerstören. Okay, also da kommt dann nochmal so eine Komponente dazu. Dass man quasi Terrain mit einbeziehen kann. Fuck you. Ach, usch. Ach. Kannst natürlich nicht so wirklich viel kommentieren, weil man sich erstens dabei konzentrieren muss. Um zu gucken, was die macht. Und oft ist das ja auch so, dass man irgendwie anpassen muss, wie man jetzt pariert oder wo man jetzt ausweicht. Aber daher geht das eigentlich noch ganz gut. Zack. Ah, okay, diese Attacke ist schon ein bisschen... Aua, gemein. Ey, okay, ja, hier. Dann kämpfe ich jetzt auch mal mit Fernkampfattacken. Wenn du das unbedingt willst. Mach mal hier kaputt. Danke. Sehr nett von dir. Da komme ich ja zu dir. Das ist... Guck mal, sie kämpft richtig, aber schön mit uns mit. Ich bräuchte mal ein paar Leben. Deswegen... Sorry, ich habe nicht explizit was gegen dich, aber... Wenn ich eine deiner komischen Vierecke kaputt mache, dann kriege ich halt Leben dazu. Nur deswegen. Das ist ganz egoistisch, was ich hier vorhabe. Aua, hallo. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum die manchmal nicht ganz sterben. Also, die haben erst eine grüne Anzeige und dann eine rote quasi. Uah, uah. Das heißt, die haben quasi zwei Lebensanzeigen, bis dann ein so ein Viereck weggeht. Okay, die greift jetzt wahrscheinlich... Okay, nee, weil die müssen doch nicht ausweichen. Doch. Ha! Ha! Pariert und Leben dazu bekommen. Das war gut. Jetzt rastet sie... Das ist tatsächlich ein Mensch. Aber jetzt rastet sie völlig aus. Rastet sie jetzt erst. Die ist auf so einen Segway und sie hat sich einfach eine... Okay. Nein, das... Aha! Wieso verfolgt sie mich denn jetzt? Eben ist sie doch die ganze Zeit ausgewichen. Jetzt ist einfach der Tod. Sie hat sich eine Sense geholt. Okay, das ist... Das ist weird. Das ist weird. Ich weiß nicht, warum die immer auf diese Vierecke im Boden schießt. Anscheinend hat das irgendeine Bewandtnis. Ich würde sie am liebsten aber davon gerne abhalten wollen, weil anscheinend mag sie das, wenn sie das macht. Anscheinend findet sie das richtig geil, wenn sie den Boden anschubbelt. Jetzt hat sie doch wieder Angst. Hast doch gemerkt, dass dir deine Sense auch nicht so viel bringt, hä? Zack! Da liegt sie auf dem Boden. Schnell hin! Schnell hin! Solange sie auf dem Boden liegt! Nein! Oh, das war schlecht, aber auch gut. Es war beides. Okay, das war uncool. Ich kann es doch nicht angreifen, wenn ich gerade meine Attacke auflade. Dude! Das ist ein ungeschriebenes Fuey-Gesetz, dass man das nicht machen darf. Zack! Zack! Nee, ich komme nicht schnell genug ran, wenn ich... Ganz komische Sachen. Wenn sie auf dem Boden liegt... Z.B. ganz schön... Aua! Okay, das hat mich jetzt das erste Mal getroffen. Kann ich sie jetzt angreifen, ja. Aber irgendwie auch nicht. Achso, wir sind im Nahkampf. Sag das doch, ich war doch noch gar nicht ready. Aber nein, 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 nein. Erstmal schön Leben dazuholen, sonst ist das nicht nett. Nö, nö, hab ich gesagt. Scheiße. Ja, komm. Nicht den Laser, nicht den Laser. Lasers uncool, dafür kriegst du auf die Fresse. Lasers uncool. Okay, du willst einfach nicht lernen, hä? Tja, selbst schuld. Okay, ich muss aber sagen, der erste Boss war schwerer. Kann auch sein, dass der halt schwerer war, weil man erstmal raffen musste, wie hier das Kampfmuster und sowas ist? Also allgemein die Steuerung. Oder dieser Boss ist einfach einfacher. Aber was soll sie auch machen, wenn sie einfach die ganze Zeit nur im Gefängnis hier drin ist? Start und Schuss! Okay, hat nicht so viel gebracht. Warte, warte, kannst du da durchstehen? Ah, die kann tatsächlich diese... diese fetten Säulen auch kaputt machen. Leuchtet bei dir ja richtig. So, jetzt klickst du auf den Boden. Was machst du jetzt? Irgendwas mit deiner... Oh, sie hat eine neue Attacke drauf. Das freut mich. Und ich habe jetzt anscheinend... Ich kann mit dem rechten Stick auch einfach anladen hier. Das war auch schon vorher so, ne? Okay, egal. Zack! Okay, ich wusste nicht, dass das geht. Ich habe einfach einen aufgeladenen Schuss gemacht und habe damit quasi ausgewichen. Aber ich habe nichts dagegen, wie das gerade ausgegangen ist hier. Oh ja, komm, gleich fahren. Na, Moment. Ja, okay, das war gut. Zack! Okay, nochmal. Komm, komm, ja komm. Ich warte nur drauf. Ne, nicht auf den Laser. Der Laser ist uncool. Jetzt ohne Witz, da kriegst du wieder gleich auf die Fresse. Du kriegst einen schönen... Oh, nein, nein, nein. Du kriegst einen schönen Parier-Action, wenn du mich ganz normal angreifst. Aber wenn du so einen scheiß Laser... Nein, nein! Ich dachte, ich hätte dich gut erzogen, aber anscheinend nicht. Nein, Laser ist böse. Miss... Sin... Sin... Sinfonie. Sin... Versteht ihr? Weil Sin... Sins heißt ja... Sense. Oh, sie befreit sich selber aus ihren Segway. Oh, na, okay, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Okay, das ist doch ein bisschen gruselig, dass sie jetzt auf allen Vieren ist. Wo ist sie hin? Hallo? Hallo? Miss Sinfonie? Sinfonie, hallo? Okay, das ist jetzt scary. Wird das jetzt zu einem Horrorspiel? Hä, sie ist einfach weg. Hallo? Da ist sie. Oh mein Gott! Nein, oh Gott, au, au, nein. Lass das bitte sein. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen muss. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen muss. Aua! Nein, das tut weh. Mein, 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 mein Kopf. Digga, okay. Nein, nicht neu starten. Oh, okay. Wehe, du startest neu. Zack! In die Fresse. Jetzt kriegst du noch mehr auf die Fresse. Pau, 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 pau. Okay, das ist ja richtig weird, diese Form. Diese Form ist ja richtig weird. Au, okay. Ich glaube, ich muss lieber ausweichen, also parieren, statt irgendwas anderes machen zu wollen. Ja, okay. Sie hat immer noch den Laser drauf. Sie hat immer noch den Laser drauf. Shit. Fast, fast, fast. Come on. Nein, die Phase ist böse. Hier raffe ich halt auch noch. Aua, noch nicht so wirklich. Okay, come on. Nein, kein Laser. Ich habe gesagt, kein Laser. Gott, die Form ist ja richtig eklig. Ich habe kein Leben mehr. Willst du mich vielleicht mal ganz normal angreifen? Jetzt so ohne... Nee, die Attacke ist auch blöd. So ganz ohne Laser fände ich das ganz geil. Lass mal weggehen hier. Das sind ja ganz komische Sachen. So, ich verstecke mich jetzt hier. Reg dich erst mal ab, ja? Wenn du dich dann irgendwann abgeregt hast, dann kannst du wiederkommen. Aber so habe ich keine Lust auf dich. Da kommt sie. Da kommt sie mit ihrem komischen Laser schon wieder an. Ich glaube, das ist unsere beste... Unsere beste Idee. Oh nein. Ah, okay, jetzt hat sie wieder voll im Leben. Damn it! Ich glaube, das ist die beste Idee, sie anzugreifen, wenn sie gerade den Laser macht. Was bringt das hier? Ich verstehe das nicht. Da passiert halt auch irgendwas, wenn man drüber läuft. Ich glaube, damit machen wir sie schwächer. Was verschwindet dann nämlich? Alles aktivieren! Ja! Let's up, ey. Ich geb dir auf die Fresse, du blöde Sau! Huah! Nein, oh, lass doch deinen Laser! Scheiße, ey! Letzter Try zu vernichten. Die Form ist echt krass, heftig, okay. Jetzt müssen wir sie wieder suchen. Gefunden! Nein, ausgewichen! Okay, doch nicht. Aber fast. immer wieder dasselbe hier konzentration unser letzter 2 sonst müssen wir alles noch mal von vorne machen da habe ich gar keine lust zu ich bleibe ich bleibe jetzt die ganze zeit auf fernkampf ohne witz so keine lust auf die im nahe kampf aber vielleicht muss ich irgendwann im nahe kampf um leben dazu zu bekommen ob laser okay das muss man noch früh genug sehen dann ist alles cool arm fuck you mit deinem laser da funktioniert ganz gut wenn man einfach die ganze zeit im fernkampf bleibt man diese fucking scheiße kannst du was macht sie was macht sie achi sie müssen in den nahe kampf gehen und was kommt jetzt nein da lass mich in ruhe oh gott habe ich angst vor ihr laser ist vollkommen in ordnung wie kann man wenigstens gut ausweichen im nahe kampf angst vor ihren nahe kampf angriffen aber okay haben wir bekommen ich weiß nicht wie sie hat nicht ihre krasse scheiße gemacht wir haben jetzt wieder ein try dazu bekommen nicht beide twice und jetzt dreht sie halt völlig durch ich will nicht nur befreien ich bin der gute nein warum das sieht nicht gesund aus ich verschwinde ja schon ich wollte gar nichts von dir da leben moment bringt mir jetzt aber gar nichts okay wir spielen die scheiße greifen einfach mal genauso an wie sie und weichen währenddessen einen möglichen scheiß aus treffe ich sie überhaupt nie ne moment oder doch ne meine dinger gehen nicht so weit oder was jetzt warte doch mal so okay oh mein gott das sieht wirklich nicht gesund aus geht es dir gut hallo kann ich dir irgendwie helfen ich will nicht dass du dich okay ich will nicht dass du dich ich kann sie leider momentan gar nicht angreifen also gratis nur ausweich action ich habe die befürchtung aua dass dieser laser sehr viel schaden macht wenn er trifft der wird halt immer schneller what the fuck ist ja wie ein mario party minigame hier oh sie ist jetzt zack 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 moment bin ich runter gefallen ich hoffe nicht ja chill nein ich kann sie gerade nicht angreifen gerade wieder nur ausweichen weil sie jetzt in diesem roten bereich ist okay das merken wir uns wenn sie so komisch leuchten sind sie nicht angreifbar okay was passiert ach du scheiße ey alles klar haben wir aber gut genutzt und wir haben sie auch vernichtet geil first try also fast der doch schon first try aber wir haben einige unserer vierecke da verloren ey alles cool wir waren mal Freunde kannst du dich nicht daran erinnern nein stand von dir bitte stoße mich nicht da rein das wäre voll uncool von dir oh das ist Sparta blöde Kuh das ist ja brutal das ist ja brutal ich habe jetzt immer noch nicht so ganz verstanden warum wir gegen sie gekämpft haben aber wir haben sie jetzt befreit danke haben wir gut gemacht ne ja guck wer sind die lieben ein Ding hab ich gern gemacht ich bin hier der Erlöser der Gequälten das klingt ja wie Trump let's make Fuey great again gut das war dann Symfony zweiter Boss der hat bestimmt auch einen richtigen Namen ja dann würde ich sagen machen wir jetzt pro Folge einfach einen Boss nicht wahr je nachdem wie lange das dauert ja dann war's das mit der zweiten Folge ich habe euch gefallen auch wenn ich die ganze Zeit so kommentiert habe und dann wenn euch einfach gefallen ist ein Like da und ja dann bis zum nächsten Mal tschüss und dann bis zum nächsten Mal